Hallo und herzlich willkommen zurück in der Zombie-Apokalypse, man kann es anders nicht mehr nennen, in H1Z1. Wir sind immer noch umzingelt, wie in der letzten Folge und wir, das sind der Sani, servus, ohoin und der Schilling. Hallo. Ja, der Matze ist irgendwo unterwegs und wir haben ein kleines, eine kleine bekloppte unterwegs, grüß dich. Ja, der hat eine bekloppte Idee, der bringt uns eine Bären mit. Er bringt uns eine Bären mit und da wollen wir mal schauen, was der Bären mit den Zombies so macht. Ja. Das einzige Problem könnte sein, dass der Bär vielleicht die Treppe hochkommt, während die Zombies dazu zu dumm sind. Ja, ich habe einen Hunting-Rifle, ich hante den dann weg. Ja, ich habe eine Shotgun, apropos Shotgun, Schilling, ich glaube, du hattest noch zwei Schuss Shotgun, Muni. Das ist gut möglich, warte mal. Ich habe dem Bär mal einen Pfeil in den Arsch gejagt. Dann gib Gas, Junge. Hoffentlich ist er jetzt nicht schneller gepatcht, war er. Ja, gut, danke dir. Oha. Das hört sich nicht gut an. Das scheint so, als wenn er schneller ist. Nee, aber normal, wenn du mit Shift rennst, dann klappt es beim Bären. Also der ist immer mal wieder nah dran, aber kann nicht. Recurve, Bo. Gib mal deinen Lagebericht. Dein letztes Wort war Oha, das hört sich nicht sehr gut an. Er hat mich noch nicht. Ich komme jetzt ans Wasser, an den Fluss. Ich werde ihn jetzt überqueren. Soll ich zwischendrin noch ein bisschen Scrap Metal farmen? Ja, ja, klar. Es hat gerade überhaupt keinen Thrill hier. Du kannst doch craften, also kein Thema. Ja, gut. Ein bisschen discovern. Ich musste mal eben schnell ins Windows. Ich hatte vergessen, meinen Browser zu schließen. Quatsch, was mache ich denn hier? Ich habe dann spontan mal eine Nachricht in Facebook bekommen. Bling. Ja, also ich sage es mal so, der Abstand wird nicht größer. Nee, nee. Der hat einen ziemlich guten Speed, aber sollte, wie gesagt, eigentlich nicht dich einholen können. Du musst ihn ja sowieso mitbringen. Der soll nicht weglaufen von dir. Ich bin geradewegs auf dem Weg zu euch. Ich glaube, ich sehe die Base schon. Jetzt mal, aber ohne Spaß. Ich glaube, es werden doch weniger. Zwar nicht so. Tagsüber, glaube ich, wir spawnen zumindest nicht mehr so viel. Aber wir sind jetzt auch lang nicht mehr rausgelaufen. War das jetzt ein Wink mit dem Zaunfall, oder wie? Wir warten jetzt erstmal, bis der Matze kommt. Oh, hier. Ring, ding, ding, da bin ich. Wo, wo, wo denn? Wo denn? Hier unten. Ah, ich sehe dich, ja. Ist der Bär hinter mir? Ja, aber wie? Oh, ohne Hose. Oh, Mann. Rennt nackt mit einem Bär im Schlepptau in eine Zombie-Horde. Das muss man auch erstmal bringen. Und hoch mit dir, hoch mit dir. Ich habe die Treppe verfehlt. Matze. Jawohl. Und jetzt Bär und Zombie. Und was gibt's? Nichts. Nichts, meine Damen und Herren. Die Picknicken. Die Picknicken. Die streicheln sich. Ach, Mann. Darf ich? Oh. Was war das? Mach nix. Ich wurde gehittet. Und du blutest. Ja, ja. Die Hobbits, die wir hier sind, barfuß nach wie vor. Matze, bitte, zieh dir eine Hose an. Ich verstecke an. Ich stecke in der Kiste die Hose. Ich habe dir da eine reingeschmissen. Und dein Survival-Shirt ist auch da drin. Aber Matze hat Schuhe an. Ich glaube, der Bär ist tot. Kann er sein? Oder ist der jetzt unter der Base? Matze hat Schuhe an. Warum hat Matze Schuhe an? Das weiß ich nicht. Weil du respawned bist und wir noch nicht. Dann kriegt man automatisch Schuhe an. Hast du welche im Inventar? Nö. Im Slot drin? Doch, habe ich. Ne? Ja. Und, ach, ich höre den Bären noch. Der dürfte unten sein. Ich glaube auch, der ist unter der Base, ne? Ja, toll. Jetzt haben wir neben 500 Zombies noch einen Bär. Noch einen Bär. Das war vielleicht im Nachhinein betrachtet doch keine so gute Idee. Aber war nicht immer das der Fall, dass die Zombies... Jetzt ist er tot, der Bär. Ach so. Hier liegt er bei den Zombies. Die haben ihn gekillt. Ah, sehr schön. 30 Zombies besiegen einen Wolf, äh, einen Bären. Ja. Ja, aber das sind relativ viele Zombies. Nein. Nein. Das ist das Normal. Weißer, Alter. So, was brauchen wir denn für die Hütte hier oben drauf? Hast du das noch als Rezept, Matze? Ja, mit Sicherheit. Dann erzähl uns mal, was wir hier für eine Hütte brauchen. Was wollen wir denn, die kleine? Nee, die man hier oben draufsetzen kann. Diese, weißt du, wie wir sie in der letzten Let's Play-Folgen hatten. Ja, ich muss nur, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich hab eine... Älter, oder? Älter, glaube ich, ja. Eine Small Check, aber das ist was anderes. Eine Small Check ist freistehend. Ich hab's nicht, das Rezept. Soll ich schnell nachgucken gehen? Ja, wenn du das schnell kannst. Ja, natürlich. Ich hab hier überhaupt keine Rezepte auf dem. Ich hab doch, ich hab doch die Database, äh, im... Na, äh... Ja. Na, denke ich. Ja, du das gerne. Also sei wie es ist, ich hab doch Materialien. Das heißt, einer müsste Kamikaze-Kommando machen zu der, ähm... Zu dem Autospawn. Aber alleine kannst du auch nicht viel holen. Ne, wir müssen zu viert gehen. Wenn, dann müssen wir zu viert los. Du hast ja das Wichtigste jetzt gleich hier wieder alles aus der Kiste raus, äh, was da noch drin liegt. Scheiß drauf. Wenn's weg ist, ist's weg, aber hier kann eh keiner durch. Mit ein bisschen Glück kommen wir zurück und die Zombies sind dann auch weg hier. Ja, ich wollte gerade sagen. War es eine Metal Shed oder es war eine Basic Shed, aber ich mein, es war echt... Nein, es war die Metal Shed. Oder war das? Ja, Metal Shed. Ne, Wunden Shed. Ja, pass auf, das Ding ist, ähm, dass alles, was aus Metal ist, soweit ich das weiß, kann man nur mit der Workbench, die muss man dann erst craften, bevor man das bauen kann. Insofern sollten wir uns mal auf das Wunden-Zeug konzentrieren. Ich hab, ich hab keine Wunden Shed. Ich hab nur die Metal Shed. Also, ja, es kann sein, dass das nix... Ich hab ne Shack. Ach, wer hat ne Shack? Ne, Shack ist freistehend, glaub ich. Das hat ne Foundation dran, oder? Can be based on most, und, 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 und most flat terrain. Also, kann auf, ja, 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 aber das ist freistehend. Aber die hatten wir, die ist nämlich lang und groß. Es gibt da, glaub ich, verschiedene. Also, ich kann einfach kurz anzudiscoveren mal, vielleicht find ich da gleich was, ja? Hm. Äh, hast du Metal Sheets? Ne, ich hab eins, glaub ich, irgendwo. Ne, ich glaub, das war nur ne Pipe, die ich hatte. Ich hab jetzt alles, was ich habe, in die Kiste. Oh, ich hab auch eine HZ1's Wearable Crate gekriegt, gerade. Warum kriegt denn ihr denn alle? Oh, das hab ich auch, aber ich weiß nicht, wann ich das hatte. Das mach ich mal auf, hier. Habt ihr das in... Ach so, da braucht man ja den Key. Ähm, Leute, ich würd einfach sagen, das bringt dir nix, hier oben stehen zu bleiben. Wir laufen einmal Kamikaze-Kommando los zu dem Camp und, ähm, kraft, äh, sammeln, was wir können und dann gucken, ob wir das covern können und was wir danach noch brauchen, ja? Okay. Dann lass uns aber entgegensetzt der Treppe, also hier in Richtung Campfire runterspringen. Da sind die wenigsten. Ja, die sind dort nur, weil wir, die kommen jetzt schön langsam. Drei, zwei, eins, Kamikaze! Oh, mein Gott, dreht mal die Kamera nach hinten. Ich weiß es nicht, nein, ich mach das nicht, ich renne. Das müsst ihr euch ansehen. Linksrum müsst ihr jetzt abbiegen, ihr müsst mal links abbiegen. Alter, hier stehen wieder tausend Zombies, gell? Seht ihr mich noch? Lauft ihr mir hinterher? Ja. Ich bin hinter dir quasi. Ach, du Scheiße, Alter, was ein Bild. Was ein Bild. Ich meinte eigentlich das andere, ähm, den anderen Vehikel spawnen, aber auch egal. Ey. Alter. Was? Matze, wir haben die gerade verloren irgendwie. Ernsthaft, Leute. Ihr lauft falsch, ein bisschen weiter links müsst ihr. Ihr müsst weiter links. Ja, die Frage ist, zu welchem Vehikel spawnen laufen wir denn jetzt? Sollt ihr zu dem ganz Großen? Ja. Ja. Okay, dann treffen wir uns da. Der Spawn des Todes. Freibier. Der an der Flussbiegung, ja. Freibier. Da, wo der Fluss den Linksknick macht, zu dem Spawn. Ich habe zum Glück nur noch ein paar hinter mir, aber hinter euch ist der Großteil hinterher, ne? Matze und Schilling haben es glaube ich. Hast du gehört, was ich gesagt habe, Koja? Nee. So ein Vehikel spawnen an der Linksbiegung des Flusses. Ach, da, wo die Brücke auch ist. Ja. Bei der Großen Brücke, das meintest du, ne? Ja, ja. Die große... Koja, ich bin hinter dir. Oh, ich habe die Fration, 0%. Ich muss stehen bleiben und was trinken. Vielleicht sind das... Ich habe es geschafft. Ich habe Ruhe. Das sind zwei unserer Zuseher. Macht mir Heinz zu deines Videos. Weiter, weiter, weiter. Willst du die Killen, Sani? Ja. Die beiden jetzt wohl, weil mehr habe ich nicht. So, Ruhe. Hier ist ein Lootbeutel. Das heißt, mit ein bisschen Glück haben wir auch Ruhe, wenn wir zur Basis zurückkommen. Hast du noch Bandages? Ansonsten kann ich hier welche geben. Ja, habe ich. Aber die Ruhe wird nicht lange anhalten. Hey, nicht wenn wir da lange wieder so dumm rumstehen. Alter, wir müssen in Bewegung bleiben. Wolf, Matze, lief es bei dir, Wolf. Bewegung bleiben ist das A und O. Na toll, jetzt finden wir Wölfe. Ja, jetzt, wo man keinen out... Alter. Anni, guck mal rechts, wie viele Zombies da sind. Wir müssen uns links halten. Ja, warte mal. Ich bin noch stehen geblieben. Hau ab da. Du hast drei auf einmal. Hau ab da. Ich kann nicht. Oh Mann. Ich muss erst mal was essen. Ich hatte noch zwei Prozent... Das Häffliche ist, ich habe eine Blutung. Die Aussage in Bewegung bleiben und Basenbau, das passt nicht so ganz. Passt nicht so recht. Ja, das weiß ich auch nicht, wie man das... Ach, scheiße, ich habe keine Axt mehr. Die hat der Schilling noch. Ich habe eine. Die müsste ja direkt bei euch sein. Wo bist du denn, Koya? Am Fluss weitergelaufen. Da, wo das Reh hüpft. Siehst du das da unten im Wasser? Ja, das sehe ich. Dahinter bin ich. Seh dich da oben laufen. Komm einfach auf die andere Seite, weil dabei sind ganz viele Zombies auf der Seite. Ich bin tot. Nein, nicht schon wieder. Ja, nichts machbar. Wo ist der Schilling in der Nähe? Kannst du looten? Ja, ich habe auch fünf Zombies an der Backe. Weiße. Das ist einfach übertrieben. Immer noch nicht. Ich habe gerade einen Zombie hinter dir erschossen. So. Da unten bist du. Ach Mann. Lustig ist das nicht. Nee, nicht wirklich. Der geht zu dir. Achtung. Hey du. Hör doch auf, immer auszuweichen, kurz bevor ich dich... Ja, schon wieder. Drück Kuh. Drück Kuh. Oder bleib. Ey, der weicht immer kurz vorher auf. Lol. Ich bin mitten im Pleasant Valley. Dort gibt es Spawns, oder wie? Ja. Nice. Unterhalb der Kirche. Sehr schön. Wie unterhalb der Kirche. Ach so, ich weiß schon wo. Alter. Ich pfeife mir jetzt im First Aid Kit rein, ey. Das glaube ich. Der hatte ich ein paar Mal ganz schön erwischt, ne? Ich habe... Hinter dir ist noch einer. Ah, toll. Gute auch. Ich muss kurz was machen, so. Alter. Jetzt habe ich sie. Ist okay. Mach ruhig. Kümmer dich um dich. Ja. Also, PvE Server ist jetzt bestimmt auch nicht mehr so easy. Ich wollte gerade sagen, das ist der Vorteil da draus. PvE Server ist jetzt... Aber es ist eigentlich scheißegal, weil ich glaube, PvP kann es nicht mehr geben. Du suppst bei mir noch rum, Sanni. Du blutest bei mir noch. Ja, der ist aber auch noch im First Aid Kit Healing. Steht bei mir noch da. Ja, aber du blutest noch aktiv. Hast du vielleicht eine große Blutung gehabt, dass nicht nur meine ist? Matze, hattest du ganz viele wertvolle Sachen dabei. Ja. Nee, nicht so richtig. Doch, du hast den Frame Backpack und... Ja, aber wir haben noch einen Gray und Blue in der Kiste. Das ist auch erstmal okay. Ich habe gerade fünf Zombies gekillt und habe noch immer sieben weitere. Kannst du zum Fluss kommen, Schilling? Ich bin beim Fluss. Wo denn? Ich will nicht zu weit weglaufen, sonst verliere ich den Loot-Beutel von Matze. Aus dem Auge. Wenn ich jetzt wüsste, wo ihr seid. Das war F5 bei der Kurve. F5 schon? Okay, so weit waren wir noch nicht. Der läuft auf dich auf einmal. Nee, der läuft zum Reh. Lass ihn. Hinter dir ist noch einer. Lauf einfach zu dem Lager am Wasser lang. Wenn du den Fluss linker Hand hast, dann kommst du automatisch zum Schilling. So. Okay. Naja, das Problem ist, unsere Pfeile werden nicht ausreichen, um die alle zu machen. Ich habe 26. Dann kommen... Ich habe keine mehr. Ich brauche ganz dringend wieder Pfeile. Wir dürfen uns hier nicht weiter aufhalten, Sani. Nee, das wird so ein bisschen einfach weglaufen. So, ich mache jetzt Kamikaze. Ich versuche ganz schnell, irgendwas bei dir zu looten. Ja, nett, dass du auch noch stirbst. Das wäre jetzt nicht wert. Okay. Stimmt, das wird nichts. Also, ihr seid schon bei diesem Camp in der Kurve. Von der... Der noch nicht ganz gewesen. Aber so in die Richtung auf jeden Fall. Dann versuche ich... Ich habe schon wieder eine Blutung. Warum? Baue ich auch. Ja. Bin bei I3. Irgendwie... Irgendwie macht es keinen Spaß mehr. Ah, süß. Definitiv nicht. Nee, also, ich... Für mich... Mir macht es gerade definitiv keinen Spaß mehr. So. Wenn du nichts mehr machen kannst. Man muss nur... Du kannst wirklich gar nichts mehr machen. Ich glaube, man muss nur eine Taktik finden, wie man was machen kann. Ich denke auch. Das ist jetzt einfach eine neue Situation. Damit müssen wir uns jetzt irgendwie mal auseinandersetzen. Warst du vorhin nicht dabei in der Basis? Was für neue Situationen. Das waren 30 Zombies. Ja, das ist... Das ist krass. Dass, wenn du irgendwo an einer Stelle bist, das müssen sie... Wo bist denn du? Einfach den Fluss als weiter. Ich versuche, den Spawnpunkt da von den Autos zu erreichen. Ich schätze halt... Wartet mal, ich sehe einen von euch. Ich sehe euch. Ich hüpfe mal. Ich hüpfe. Ich musste hier gerade fliehen. Ihr seid beim Fluss. Ja, genau. Ich sehe euch. Wartet mal kurz. Was? Wo bist du? In der anderen Richtung ist nämlich der Loot-Beutel von Matsi und ich habe null Pfeile, genau. Dreht euch mal um. Doch, so viele? Ich habe jetzt auch 20 Zombies. Ah, ich sehe dich laufen. Ja, genau. Das sind unsere 20 Zombies. Da rinnt gerade einer weg. Bleib stehen, bleib stehen. Ich jetzt? Oder wer? Ja, bleib stehen. Du hast ja einen Zombie hinter dir. Dann kann ich... Ich habe andauernd welche. Nee, nee, nur einen hast du. Und du hast auch hinter dir drei. Vier, fünf. Die waren nie weniger. Machst du einen, kommen fünf neue. Ja. Das letzte Mal hat man es doch noch besser in den Griff bekommen, als wir Offscreen gespielt hatten. Bin ich gleich auch, hops. Dauert nicht mehr lang. Jo. Und da ist der Nächste. Ah! Jo, ich bin tot. Jo, ich habe dich ins Gesicht getroffen. Du bist mir genau in den Schuss gelaufen, wo ich gerade den Zombie analysiert habe. Jo, aufmacht nix. Aber jetzt hat man eine Your Stats, äh, Secession. Zombies killed, 35. Ja. Wow. Aber ich hatte 31. Mich musst du dringend looten. Ganz dringend. Ja, ich habe nur keinen Platz. Wo ist denn der Schilling gerade? Ich bin einfach nur den Fluss entlang weiter. Kommst du wieder zurück, bitte? Beim Loot-Beutel von Matze jetzt, denn der wird bald despawnen. Ah, scheiße. Wie viele Branches hast du denn mit? Ich? Ja. Ja, ich sammle die auch vor lauter Planung. Ich bin gerade durch die Blackberries gerannt vorher. So, ich komme wieder zurück. Ich habe jetzt einiges eingesammelt, aber noch nicht alles. Ich hoffe, das Wichtigste war dabei. Neiße. Ich bin G5. G5, das ist ein guter Spawn. So. Wir müssen die Autosachen beim... Der kommt zu dir. Der kommt zu dir, Heino. Ja, sehen. Hau doch ab. Ja. Wo ist denn der Loot-Beutel vom Sunny? Das ist jetzt eine gute Frage. Vor allem die... Da ist er. Vor allem die Steady Kingens müsst ihr rausnehmen. Die Hunting Rifle und... Die Muni hauptsächlich jetzt erstmal. Und die Vehikel-Batterie. Oh, das ist groß, die Vehikel-Batterie. Ja, vergiss die Autosachen. Ich glaube, Auto haben wir in den nächsten 10 Stunden kein Problem mehr mit. Koya, hast du eine Bandage, denn du blutest. Äh, danke. Und ein neuer Zombie hat dich. Jetzt hat er mich. Hunting Rifle ist gesichert. Sehr gut. Und ich blute wieder. Und immer noch. Nö. Schon wieder. So, jetzt erstmal deine Branches wegschmeißen. Wir sollten uns vielleicht versuchen, Rüstungen zu craften. Dumm gefragt. Oder? Wenn wir Rüstungen haben, dann hätten wir eventuell gegen die... Äh, gegen die Zombies ein bisschen... Wehrchancen. Bisschen wenigstens. Wir brauchen irgendwie Knoblauch oder so. Ach nein, das war ja Vampire. Kannst du da noch was rausnehmen? Ich hab, äh, ziemlich... Ich glaub, ziemlich voll. Soll ich die Teile für das Auto jetzt erstmal vernachlässigen oder... Ähm... Also, ich könnte noch die Batterie nehmen. Und dann hätten wir eigentlich alles, wenn du den Rest nehmen kannst. Ich hab noch Platz für die Batterie gerade. Ich bin relativ voll. Ja, dann lass mich schnell die Batterie rausnehmen, dann schauen wir mal, was noch übrig ist. Äh, nehmen wir noch die Blackberries. Du blutest noch immer. Nee, ich hab's bei mir erst nicht... Äh, das hat mal, als ich mit Matze gezockt hab, auch diesen Effekt, dass andere einen bluten sehen, aber man eigentlich gar nicht mehr blutet. Ein bisschen blöd. Okay. Ach, ich hab wieder einen Anzeige-Bug beim Essen. Mhm. Hat was Dickes gegessen und ich hab nur 50%. Also, die Zombies sind jetzt mal halbwegs weg. Nö, da kommt schon der Nächste jetzt, wo man sagt... Kannst du den Military-Backpack vom Sunny noch nehmen? Habe ich versucht, geht leider nicht. Ach, komm. Ich bin gleich schon wieder tot, also vergiss das. Ich bin schon wieder tot, also... Sinn hat das Spiel nicht mehr, aktuell. Das ist krank. Ja. Ist ja nicht so, als ob man für die Alpha hier sogar was zahlen muss. Warum tun wir uns das an? Wenn's mal läuft, dann müssten wir echt 100 Folgen aufnehmen. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, irgendwann kommt ein Update, womit's wieder unspielbar wird. Ja, stimmt. Ja, schon, irgendwie. Der Military-Backpack hat 500, braucht 500 Platz, also sorry, den kann ich leider nicht einpacken, Sunny. Ja, passt schon. Ich bin jetzt G2, ich brauche so auch erstmal wieder, bis ich da bin. So, das Problem ist jetzt in... Schilling und ich Alleine. Voll mit dem, ja, alleine zum einen und voll mit dem Loot von euch. Das heißt also, unsere Loot-Tour können wir eigentlich... Vergessen. Vergessen. Weil ich krieg kein einziges Scrap-Metal mehr irgendwie, wo rein oder so. Ich hab auch null, null Platz. Klebeband gefunden. Hab jetzt, ich esse nochmal was, dann krieg ich nochmal einen Platz, aber... Trinkt ja nix. Nicht mal mehr was zu essen. Der Matze bringt Scrap-Metal mit. Und der nächste. Ich meine, wenigstens droppt jeder was, aber 3000 Hüte, davon hat auch niemand was. Ja. Ja, ich schredde die alle, da kann man wenigstens Bandages draus machen, die gehen nämlich ganz schön weg. Muss man mal so festhalten. Das stimmt. Ich muss ehrlich sein, ich wüsste nicht mal, was wir jetzt machen sollen. Ich bin auch total überfragt. Also, wir könnten einen Baum fällen und schauen, dass man noch die Hütte da oben drauf gezimmert bekommt. Also wie gesagt, ich bring Scrap-Metal in rauen Mengen mit jetzt. Ja. Ich hab nämlich hier ein Vehiclespawn, wo ich alleine bin. Ist zwar grad eine Spielerbahn, äh... Äh, na, eine Spielerbahn ist noch da. Wisst ihr, was man machen könnte? Ja, eine Sache, vielleicht haben sie ja die Munitionspawns erhöht im Gegenzug. Wir sollten mal versuchen, in eine Stadt zu gehen. Ähm, und ich meine, warum sollen wir uns eine Basis bauen? Wir können ja auch ein Haus nehmen. Ja, jetzt ohne Scheiß. Machst du die Tür zu und bist auch sicher. Okay, jetzt wo du sagst, irgendwie stimmt das. Weil, ähm, ich sag mal so, äh, also wer jetzt noch PvP macht, ist bekloppt. Der hat's nicht gerafft. Insofern sollte man in der Stadt jetzt vor Spielern halbwegs sicher sein. Und das Schöne war, als ich mal in der Stadt gespawnt bin, ich hab ein Zombie gekillt, hatte sofort Spielerloot. Ich hab alles mit einem Schlag. Ich war voll ausgestattet. Siehst ja, wie auch Matze und Sani hier mit super Ausstattet. Okay, Sani hab ich erledigt wieder mal. Aber das konnte ich wirklich nix für. War einfach reingelaufen. Aber Matze ist... Kennen wir ja von dir. Ja, Mann. Gar nichts mehr Besonderes. Aber, aber, äh, Matze ist, äh, ist quasi voll ausgerüstet, umgekippt und so. Insofern können wir gut Spielerloot finden, wenn wir in die Stadt gehen. Und wir einfach mal Pleasant Valley machen. Was soll denn noch passieren? Wenn wir sterben? Egal. Oder? Also ich sag mal so, ich bin grad in Pleasant Valley gespawnt. Und ich kam gar nicht mal zum Respawn eintippen. Ich war vorher tot. Jetzt sind da so viele Zombies. Ernsthaft jetzt? Achtung, äh, Schilling. Ich bin grad am Shreddern, yo. Ähm, hab ich. Reicht ja nicht, dass ich schon drei Zombies im Schlepptau hab. Man muss ja auch direkt noch ein Bär bei mir in die Ecke setzen. Ja, logisch. Ach, 500 braucht er. Ich dachte 300. Ja, 500. Das ist krank. Dann war das vielleicht jetzt nicht so schlau, was ich getan hab. Hast du irgendwas geschreddert oder kaputt gemacht? Einen Tausender Rucksack. Achtung, hinter dir. Hau ab. Oh, mein, ja, genau in dem Moment geht mein Bogen kaputt, oder? Ich hab ihn erledigt. Du brauchst nicht verkennen. Nein, doch nicht der Bogen. Dankeschön. So, jetzt warte mal. Ich hab jetzt extra einen Rucksack dafür geschreddert. Den sollte ich nun irgendwie mitnehmen. Wir haben auch noch einen in der Kiste, glaub ich. Äh, ich habe noch Platz 40. 40 Uhr. Also, die Zombies haben schon ganz coolen Loot mittlerweile. Ja, teilweise schon. Also, wenn du, wie gesagt, in der Stadt unterwegs bist, kriegst du wirklich gutes Zeug. Bin grad mitten auf dem Feld unterwegs, hab mittlerweile drei Shotgun-Shails, 3x45er-Rounds. Neuer Zombie. Wie, einfach von Zombies, oder was? Was war das gerade? Ja, ja. Ja, ich sag jetzt, ich hatte einen im Pleasant Valley gekillt und war sofort top ausgestattet. Also, wir kriegen das hier mit dem Loot-Club nicht hin. Komm, wir müssen einfach jetzt... Ja, vergesst einfach mal den Loot. Ich komm jetzt einfach mal kurz zurück und probiere schnell irgendwas zu bauen, was man oben draufstellen kann. Ich hab jetzt... Wollen wir nicht einfach im Pleasant Valley machen? Komm, es bringt nichts jetzt zu bauen mit den Zombies. Warte mal, ich brauch noch 23 Plätze. Dann hab ich's. Ja, gib her, die hab ich frei. Einfach irgendwas fallen lassen, was 20, 25 hat. Ich hab halt jetzt grad extrem viel Metall im Gepäck. Woodplanks hab ich hier. Nein, nein, nein. Ist er noch hier? Ist grad die... Nein, nein, ist noch hier, ist noch hier. Oben der bei dem Helm. Boah. Okay, also ich kann nur eine von den Woodplanks nehmen, aber scheiß drauf, die holen wir uns wieder. Brauchst du noch die Axt, oder? Egal, würd ich sagen, weil das mit dem Bauen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Äh, ne, halt die Axt, es sei denn, du willst so loswerden, dann nehm ich sie. Ich hätte jetzt noch hier das andere Zeugs von Sunny genommen. Ich hab die Rifle von Sunny und die Schuss. Okay. Von daher ist eigentlich alles dabei. Hoffe ich. Ja gut, dann können wir los von mir aus. Ich würd sagen, wir schauen uns jetzt um in Pleasant Valley und sterben dann da. In der nächsten Folge allerdings. Wir sind schon wieder am Ende, ähm, einer weiteren. Und dann werden wir jetzt versuchen, so ein bisschen in die Richtung zu laufen und sehen uns hoffentlich lebendig in der nächsten Video, oder? Wie sieht's aus? Definitiv. Ja, überhaupt. Versuch ist es wert. Ne, Versuch ist es wert und wenn's nicht geht, dann... Ja, dann halt nicht, ne? Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.